Ja, wir haben oben gemeinsam hier in der Geschäftsstelle die Auslosung verfolgt. Das ist natürlich ein spannender Tag. Schön, dass wir wieder dabei sind. Haben wir uns hart erarbeitet in dieser Gruppe und als Tabellenerster hatten wir natürlich eine große Hoffnung, dass wir jetzt auch ein sehr gutes Los bekommen. Und ich glaube, mit PSV Eindhoven bekommen wir ein sehr herausforderndes Los. Eine Mannschaft, die gerade in Holland mit 16 Siegen in Folge noch ungeschlagen ist. Ich glaube, 56 zu 6 Tore geschossen hat in dieser Saison. Und in sehr attraktiven Fußball spielt, sehr nach vorne orientierten Fußball spielt. Mit Peter Bosch einen alten Trainer von Borussia Dortmund auch an ihrer Seitenlinie hat. Also das wären zwei sehr, sehr interessante Spiele. Es ist sicherlich auch für die Fans total spannend, weil das gleich um die Ecke ist. Und daher werden uns bestimmt sehr, sehr viele auch begleiten. Aber wir haben natürlich die klare Zielsetzung, dass wir eine Runde weiterkommen. Denn das wäre für Borussia Dortmund eine richtig coole Sache, wenn wir nach langer Zeit, ich glaube, seit 2021 mal wieder unter den besten acht Teams in Europa stünden.